was ist das denn ein schmuck ständer okay das ist schön eine vase das haben wir hier noch nix gar nix was ist das denn das ist eine tür tieren muss man mal wieder parken dass man welche hat holz haben wir genug kamera deshalb so groß nahm der passt jetzt nicht unbedingt in die richtung des vertrauens das ist einfach so das passt da nicht rein ich habe nur drei von den bildern das ist interessant okay also nichts mehr was wir verwenden könnten schade ich hätte gern noch was gehabt die 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 das ist schön salzige see luft das kann ich mir vorstellen prinz erik das kann ich mir vorstellen habe ich da keine mehr das können wir noch reinstellen kein brunnen keinen brunnen weit und breit stühle bänke was ist das ein nachtlicht das ist ja süß ich muss mir auch eins kaufen ich will ach six da hat man noch zwei von den a4 stück haben wir da die werden wir noch verbraten kommen die haben wir noch raus da haben wir noch einmal den elliot da bricht man dann wieder welche namen da haben wir vier türen okay staffelei haben wir noch ja passt die staffelei können wir noch raushauen den wagen da haben wir auch noch drei passt was ist das denn achte ich ja bei stelle ein tisch ich habe gedacht ist ein hocker okay cool also leider keinen brunnen weit und breit what's that einer ein bild ein gemälde okay das manns kaufen so dreimal an pc den kriegen wir nie mehr weg können wir noch mal einkaufen zwei da hat man noch mal ein brunnen das genau das habe ich gesucht danke lieber gott genau das habe ich sucht was haben wir denn hier sonst noch was ist das denn heizkörper okay da hat jemand mal dinge draus gemacht ein gartenzaun sonst noch irgendwas was man ausstellen könnten was ist das denn kann man das nehmen strand paket eigentlich nicht zum wald der des vertrauens da passt es irgendwie nicht rein verkaufsstände wären vielleicht nicht schlecht ein verkaufsstand wer nicht schlecht okay mehr gibt es nicht schade okay dann gehen wir jetzt mal rüber kommen wollen jetzt müssen wir gucken wie man den jetzt habe ich vergessen dass wir gekauft haben den brunnen haben wir gekauft den brunnen haben wir gekauft jetzt regnet es schon zum vierten mal das wahnsinn oder wisst ihr warum das so ist warum regnet es so viel ich weiß dass es quest gibt wo man angeln muss oder soll oder kann oder darf und da ist es so dass es regnen muss damit man die fische fängt deswegen regnet es natürlich auch öfters mal das könnte man vielleicht überlegen ob wir den brunnen hierher machen wally this is a great place jetzt habe ich ihn zweimal siehst du genau das was ich nicht wollte achso ich habe ihn zweimal gekauft genau weil ich wollte ins neue bio mit reinsetzen jetzt müssen wir mal gucken wie wir das machen okay ins neue bio wollte ich das mit reinsetzen das muss ich mal überlegen wie wir das hier machen ich wollte hier mal einen anderen boden machen ich wollte hier mal einen anderen boden machen sie mal gucken was wir da noch haben wir gehen hier mal etwas ist das hallo ich wollte hier mal in so gehen das jetzt nicht kann ich denn hier jetzt nicht laufen so hier wollte ich ein boden her machen ja was machen wir mal was anders ich will mal einen anderen boden hierher machen nicht immer dasselbe verschneit gold vielleicht mal irgendwas natürlicher stein boden mit einfassung das ist ja das was wir hatten oder was hatten wir von boden drin was war das war natürlicher stein boden genau kopf stein pflaster vielleicht mal edel stein und opal straße natürlicher stein pfad ja wenn hätte ich schon was mit einfassung kopf stein pflaster können wir mal nehmen schaut ein kopf stein pflaster aus ich hätte gern was goldenes gehabt ehrlich ja ist das gut oder schlecht oder na machen wir es einheitlich machen wir es einheitlich machen wir es mal einheitlich ok 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 wir könnten ja theoretisch hätten wir ja das mittelstück rausnehmen können so das passt und dass wir da vielleicht was goldenes reinmachen ich würde gern mal was goldenes reinmachen ach das 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 geht nicht zusammen nein das baut sich nicht zusammen auf ok das ist ja das ist ja doof das schaut nicht gut aus ich wollte eigentlich dass das schön zusammen ist mit dem Übergang aber das scheint nicht zu gehen ok schade gehen wir mal hier so rüber hier gut gemacht was ist denn das hier wie schaut denn das aus boah das ist ja noch schlimmer ok schade ähm wo ist denn das jetzt schaut denn das hier aus ich glaube das sieht man sowieso nicht na das ist auch nichts ich wollte halt unten ein bisschen was was anders haben verstehst aber das geht hier nicht das geht hier nicht schade so eine Art Teppich oder irgendwas drunter dass das einfach ein bisschen nach was ausschaut und nicht gar so einheitlich ist aber das scheint nicht zu funktionieren ja da kann man es dann doch wieder zu machen ja dann macht man es hier so dass das mit dem anderen Weg nicht geht dass ich die integrierter reintun machen kann dass also die dass ich da einen Goldweg mache der einfach nahtlos übergeht das scheint nicht zu gehen ok das wusste ich nicht so wo sind jetzt die schauen wir mal ob wir das nochmal rein machen können nur am suchen nur am suchen so wo ist denn das jetzt na wo ist es denn Geschenk zum Tag der Zeremonie das war glaube ich mit Mirabelle das war glaube ich mit Mirabelle mhm ahja die Blumen müssen wir noch hin machen die Blumenkästen und die Säulen wollten wir noch herstellen ah die passen nicht hierher schade weil da die Lampen sind ja das sind die Lampen und hier das muss vielleicht hier herstellen auch nicht na gut na gut ich stelle mal warte mal ich stelle mal eine her das muss nicht vergessen jetzt ist er wieder nach oben gegangen anstatt dass er da bleibt wo ich war was suche ich ich habe es wieder vergessen ich suche diesen der ist leider weg gegangen so na wenigstens ist es zentriert das schaut cool aus dann mache ich nämlich jetzt hier nochmal ein sonst kann man nämlich nicht vorbeilaufen ja tun wir dann mal weg hier so da kann ich mir oh Gott jetzt muss ich die extra herstellen ok dann gehen wir nochmal rüber so dann machen wir noch ein bisschen Boden natürliche was war das natürliche Steinpfad also Kieselsteine haben wir jetzt schön aufgebraucht das gefällt mir und Sand haben wir genug das hat sich absolut rentiert das zu sammeln so so sehr schön so jetzt geh mir hier rein die kleine Erdung ohne wirklich streichelt werden ich hätte halt hier gerne noch einen Boden gehabt der sozusagen gold umrundet ist Wolli kann man mit Wolli kann man nur einmal reden am Tag so jetzt müssen wir mal gucken die Säulen ja das ist eine gute Frage kann man die so herstellen die kannst du hier so herstellen dann müsstest du aber die Bäume weg machen ja schade dass es nicht so was wie Scheinwerfer gibt ach Gott jetzt stehen da die Lampen das ist ja doof ok das ist ja doof ok da müssten wir jetzt die Lampen verstellen da ich jetzt nicht auf ja passt doch passt doch passt doch stellen wir die Lampen halt hier her ne ne die muss schon weiter rüber stellen dann stellen wir es halt hier her so genau und die dann hier her das wird nicht passen stellen wir dann die Bank unterm Baum das ist in Ordnung und stellen wir die halt hier her das geht auch passt super ich möchte mal ausprobieren wie das mit den Säulen hier ausschaut weil ich habe die vier noch übrig und dann könnte ich die schön verbauen das wäre wirklich cool ähm Himmelssäulen was ist das denn wow 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 die könnte man auch nehmen ja die könnte man auch nehmen aber ich habe von den vier die 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 ja jetzt wird es ein bisschen das ist halt hätten wir vielleicht vorher machen sollen die großen Sachen immer zuerst ähm war vielleicht jetzt mein Fehler und dann vom großen ins kleine gehen damit man dann ähm jetzt nicht so wie ich da da nochmal rum tun muss hier sind sie ne ich weiß nicht ob man da vier Stück hessen stellen soll so ja vielleicht könnte man ja mal versuchen da noch einen Goldweg her zu bauen ob das wohl funktioniert ich will ein bisschen was goldiges hier haben wege aber gibt es nichts Gold mit Einfassung doch hier das da wow wow uuuu das schaut geil aus einfach ein bisschen nobel das ist halt einfach ein bisschen mhm 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 wär's denn da nicht Aber könnte man jetzt, hm, da sind zwei Bänke, ja, 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 das passt schon so. Da ist auch eine Bank. Dann machen wir halt hier noch eine. Ich glaube, wir haben genug Bänke. An Bänken wird es jetzt hier nicht scheitern. Die Bäume wenigstens aus dem Blickfeld im Baummodus, wenn die weg wären, dann wäre es besser. So, das muss ich mal gucken, wir stellen das mal hier her. Da haben wir den Abfalleimer. Und den kleinen Schnee, den stellen wir da her. Ja, gut gemacht! So, das gefällt mir ganz gut. Da müssen wir natürlich dann noch ein bisschen, ähm... Was denn jetzt los? Keine Ahnung. Hier. Da müssen wir hier noch ein bisschen was herstellen. Also das gefällt mir ganz gut. Was könnte man denn da noch hinstellen? Leute, das machen wir im nächsten Teil. Irgendwas, was hier noch das Ganze ein bisschen verschönert. Hm. Da müsste man mal gucken, ne? Da noch ein bisschen was herstellen. Weiß ich nicht. Was könnte man denn noch herstellen? Noch einen Baum reinmachen. Sträucher. Bänke haben wir schon genug. Ähm, Säulen haben wir auch. Einfach zumachen. Ja, genau. Wir lassen es einfach mal so. Ladies and Gentlemen, im nächsten Teil versuchen wir dann mal hier ein bisschen Blumen reinzubringen. Ähm, ja. Es wird. Auch wenn es mir schwerfällt. Auch wenn es mir schwerfällt hier. Dieses Gesuche. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, passt. Man kann halt außen vorbeigehen, ne? Das war ja der Sinn und Zweck der Sache hier. Und, ähm... Ja, das gefällt mir ganz gut. Was ist das hier für eine... Ach, da kann man sich nicht einmal draufstellen auf die Platte. Ah, das ist ja doof. Ich hab gedacht, da kann man sich jetzt wunderbar draufstellen. Ja, dann bringt's ja nix. 25 hat das gekostet. Stein oder was? Da kann man ja dann... Warte mal, da kann man ja nicht einmal drüberlaufen dann. Das ist ja doof. Aufstellen kann man die auch nicht. Ah, das ist ja dann sinnlos. Okay. Warte mal, kann ich was draufstellen? Nein! Was soll denn das? Okay. Wieder was gelernt. So. Ladies and Gentlemen, dann haben wir das auch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da noch ein bisschen Lebendigkeit reinbringen. Hätten wir vielleicht breiter machen sollen, ne? Ja, man muss da wirklich an der Seite vorbei. Okay. Jetzt haben wir hier noch den hier. Den würde ich irgendwie noch schön integrieren. Aber ich weiß nicht, wie. Und dann... Haben wir hier noch was. Das hier passt halt gar nicht rein, ne? Ja, ich weiß. Das passt nicht. Das ist sehr modern halt, na? Und den müssen wir noch reinbauen. Den müssen wir noch reinbauen. Ja. Ja. Den müssen wir noch reinbauen. So, Ladies and Gentlemen, das war's. Ich mach' jetzt fünf Minuten Pause und dann geht's weiter, weil ich will den Umbau heute in einem Tag schaffen. Weil ich muss das Ganze ja noch schneiden, weil ich muss das Ganze ja noch schneiden und rendern, hochladen. Das dauert mindestens noch mal einen kompletten Tag. Und dann sind wir hier fertig. Hier würde ich gerne noch irgendwas Schönes reinmachen. Aber ich weiß nicht, was? Weil zum Hinsetzen ist es hier nix. Weil man merkt's ja, hier sind Mücken. Mücken, Mücken, Mücken. Seht ihr das? Da setzt sich niemand her. Ja, ja. Da setzt sich keiner her. Das muss ich auch mal ernten hier. Das war alles gar nicht so gedacht. Hier müsste man... Hier kommt das Schwimmbad noch her. Ich bin am überlegen, ob ich das komplett abbau. Und dann einfach mit euch als Video nochmal komplett... Ja, das werde ich machen. Ich werde das alles wegmachen. Und dann mache ich hier was Neues her. Das könnte man ja vielleicht sogar hier lassen. Der vordere Teil gefällt mir ganz gut. Muss ich tatsächlich sagen, das hier gefällt mir mit dem Garten. Aber das hier gefällt mir gar nicht. Ja gut, machen wir weiter dann. Der Baum weiß ich nicht, ob wir den hier stehen lassen. Ach, da kann man nicht... Oh. Okay. So, Ladies and Gentlemen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das Ergebnis ist dann doch sehr schön geworden. Hier müssen wir noch was machen. Und dann müssen wir jetzt als nächstes... Das müssen wir irgendwie noch ein bisschen machen. Ich weiß nicht genau, wie ich das mache. Schauen wir mal. Okay, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Bis dann. Euer Nils. Ciao. Das ist aber schön hier. Ach Gott, ist das... Wie heißt der? Elliot ist das. Das ist Elliot, das Schmunzelmonster. Tschüss. 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 Tschüss.